Hallo, Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Knaf Tommys. Heute ist wieder dabei, der Papi. Halli, hallo, hallöchen. Wir haben sowas ein bisschen gemacht. Da oben ist jetzt ein Zaun und da hat er ein bisschen, keine Ahnung, weggeschaufelt das so. Genau, hier hinten würde ich unseren Garten machen. Ja. Da können wir hier ein bisschen was anpflanzen. Ich mache hier ein bisschen Platz. Ja, kann ich dir mal ein paar Bäume so holen? Bäume? Ja, Bäume abbauen. Jetzt muss ich erstmal schauen, damit wir Weizen anbauen können, oder nicht? Nein. Wäre das nicht cool? So, ich krieg die Reihe nämlich da noch weg. Dann haben wir genug Platz für ein Feld. Dann muss ich mir noch ein Gerät bauen, jetzt ist noch meine Schoffel kaputt gegangen. Dann haben wir noch eine kleine Küle. Ach? Dann bin ich noch mal ein kleinesel teller. Wenn du mal eine sehr fancy durchst Det Singleleidet meint, wenn du suficiente coughing Wir brauchen jetzt mal Holz. Wir haben kein Holz. Weißt du, was wir mal machen könnten? Was denn? Wir können uns denn mal Tiere fangen. Ah ja, stimmt. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ja, aber da brauchen wir Slime und so. Keine Ahnung. Ah, damit wir ein Seil machen können? Ja. Direkt zwei haben wir denn. Entschuldigung, ich baue mir eigentlich mal ein Gerät, damit ich den... Wo ist denn hier passiert mit dem Baum? Der hat aber viele Blätter, der Baum. Okay. Ähm... Ich habe gar kein Holz. Ich hole gerade ein Holz. Ich baue gerade... Ich muss mal ein anderes Stück so weg. Ich muss nicht... Wir sind irgendwie gar nicht so gut ausgerüstet. Ja. Wir brauchen Rüstung. Wie riesig ist der Baum? Ich mache die Blättern weg. Guck mal, wie viel Platz ich gemacht habe. Noch hier ein bisschen weg. So, wir machen allen was bangen. Das ist einer... So. Du bist ein Trophäer. So, ich. Was? Du hast nur so viele Trophäer erhalten. Pest ist ausgerüstet. Ich brauche so eine Trophäer. Okay, jetzt müssen wir mal schauen... Oh, du musst Bäume pflanzen. Oh. Du hast mir immer gesagt, ich soll denn wieder Bäume pflanzen. Wir haben schon so viele Bäume pflanzen. Wir haben schon so viele Bäume pflanzen. Guck mal. Du hast schon 14. Du hast schon 14. 14? Sätzlinge? Da kannst du schon einen richtigen Wald bauen. So. Äh. Genau. Ich schaue mal, damit wir ein bisschen Weizen anbauen können. Dann sehe ich hier das Gras. Was? Ein Baum ist schon gewachsen. Das war aber schnell, gell? Das ist ein Wunderbaum. Ich habe ihn 30 Sekunden angepflanzt. Drei Sekunden und er ist schon gewachsen. Genau. Hier kann ich eigentlich ein bisschen Samen holen. Ein Baum ist schon gewachsen. So schnell. Hier ist noch viel Platz. Meine Güte. Ich habe noch drei. Du hast nicht in meinem Garten einen Baum gepflanzt. Wieso? Hä? Wieso machst du denn? Hast du Weitentörner? Äh. Zehn, ja. Ja, da können wir mal anfangen. Und Wasser? Wasser? Ich habe noch kein Wasser. Wir haben noch kein Eimer. Wir können uns gar kein Wasser hindringen. Oh, es sind schon... Wie viele Bäume wachsen hier? Es sind so ganz viele gewachsen von mir. Guck mal, wie schnell alle sind so schnell gewachsen. Ja. Die wachsen immer schneller. Oh, hier ist ein Apfel. Oh, wie viele Säpligen. Ähm. Äh. Ich habe es nicht. Was wachen denn ganz viele Bäume? Wieso? Wieso? Du brauchst so viel mehr, sofern das ist. Das sind schon ganz viele Bäume von mir gewachsen. Super. Ich habe irgendwie das Gefühl, damit hier irgendwie vielleicht Eisen ist. Hier ist noch ein Baum gewachsen. Du bist ja ein richtiger, ähm, Förster. Ich gehe mal hier auf dem Baum. Okay, hier scheint nichts zu sein. Hm, lieber noch ein Eisenbegegagst. Das wird ja noch viel schneller gehen. Mäh. 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 Soll ich dich töten, Schaf? Nein. Aua. Ah. Ah. Aua. Ah. Was ist das? Woll ich gerade machen? Nein, nein, nein. Vergesst mich. Mann, wir haben gar keine Steine. Doch. Du verbrauchst immer alles. Ich habe welche. Ah, ich muss immer alles holen. Oh, tut nah mal. Puh. Wir brauchen mal eine Kiste. Die andere Kiste ist fast voll. Ich habe meine Sachen da reingemacht. gut. Gut. Wir brauchen schon Level 6. Wie viel Level bist du? Keine Ahnung. Level 0. Cool, ich bin schon Level 0. Ist das gut? Engel wünsche ich viel mehr Level als du. Wir brauchen Level 6. So, ich glaube, es wird dunkel. Wir haben gar keine Betten. Doch, eins. Aber nicht ein Bett da unten. Ich habe eins. Wir brauchen aber zwei. Okay. Was? Wieso machen wir mit mir kein Bett? Bist du? Wieso machen wir... Ich will auch ein Bett haben. Ja, dann hol dir... Kannst du dir doch eins bauen. Du hast ja doch schon ein paar Schafe getötet. Und kannst du doch... So, ich stehe mal mit Wolle lassen. Und kannst du vielleicht schon eins bauen. Papi, wo haben wir Wolle? Du hast doch Schafe getötet. Wo hast du denn die Wolle gelassen? Ich habe gar keinen Wolle, glaube ich, bekommen. Wieso nicht? Man, es geht auch anders. Ich glaube, ich habe jetzt ein Checkpoint. Hier schläft schon ich. Kann ich wieder aufstehen? Alles klar. Ja. Oh, das hat man von meinem Bett rausgeschmissen. Tür hat auch aufgelassen. Wieso macht ihr das? Kiste hat auch noch nicht größer gemacht. Das sieht aus. So, wenn der schläft, dann bin ich mal. Grüß mal Schaf. Oh, ist die Wolle? Ja. Das ist ein Zimmermann. Guck ihn nicht an. Nein, guck ihn nicht an. Nicht an. Nicht an. Nein, guck ihn nicht an. Guck ihn nicht an. Sonst tötet er dies. Er kann sich teleportieren. Wenn er zu dir guckt, dann musst du hochgucken. Okay. Oh. Das ist noch mein Hühnchen. Ich kann nicht mehr schlafen und guck um meinen Tag. Oh, ich habe keinen Knochen bekommen. Hast du ein Schaf? Was ist hier los? Was passiert? Ich habe keinen, ich finde keinen Schaf. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Oh, ich will ein bisschen faden. Aber was habe ich bekommen? Ein Auge. Ich will doch kein Auge. Wo bist du? Ich bin weg. Ziehst du jetzt um von mir oder was? Nee. Sicher nicht. Aber ich muss ein bisschen ein bisschen auf Jagd. Wieso macht denn der nichts? Jetzt. Der verarscht mich voll. Wow. Jetzt habe ich aber ein paar Knochen. Vielleicht kann ich jetzt einen Hund haben. Nein, für einen Hund. Mein Hund. Meiner. Du hast doch gar keine Knochen. Doch. Warum? Warum hast du Knochen? Der mag dich eh nicht. Ja, ich mag es. Du bist gemein. Keine. Du bist gemein. Wenn du mich haust, dann greif mein Hund. Hof fieh dich an. Los, greif ihn an, Hof. Wofi, greif ihn an. Und greif ihn an. Komm. Nein, lass meinen Wofi in Ruhe. Lass meinen Hund in Ruhe. Nein. Lass meinen Hund. Papi. Ja. Hast du Wurstfleisch für mich? Reis. Ja. Kannst du mir das geben? Ja. Wo bist du denn? Ich glaube, mein Hund, die ist hungrig. Eins reißt. Ah, ich habe sogar Knochen. Wieso habe ich Knochen? Du bist jetzt das Skelett getötet. Ach so. Schau, siehst du unsere Fackel, die ich oben auf dem Dach gemacht habe? Was? Was noch was wissen? Okay, ich gehe nach Hause. Komm, bist du Kleiner. Rollt ihr das Huhn? Nein, das ist mein Huhn. Nicht. Ja, rollt ihr das Huhn. Nein, nicht mein Huhn. Ja. Rollt ihr das? Jetzt getötet. Komm, du Kleiner. Komm, ist der auch Kleiner? Und? Ja, komm, Kleiner. Ist der kein Name? Was? Wie heißt denn der? Bello? Bello! Alte Töle! Wie geht's denn dir? Willst du ihm mal was zu essen geben? Da. Er hat alles aufgeschlungen. Meine Brüder. Oh, er mag mich ein bisschen. Du hast ihm was für mich zu essen ge... Noch was? Willst du noch was? Der könnte das vergammelte, verrottete Fleisch aus. Ja, er mag verrottete Fleisch. Ich mag der. Ich glaube, er ist jetzt satt. Ja. Geld steigert mich. Oh, mein Garten ist schon ein bisschen was gewachsen. Und irgendeiner hat einen Baum hingemacht. Haben wir jetzt ein Bett? Ich hab gar keine Wolle. Der Kleiner Hund kommt mit. Ich glaube, ich mach noch unsere Kiste größer. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen Holz. Komm, warte, kleiner Hund. Ja, ja, ja. Ja, noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Und so ein bisschen hungrerhaft. Das hab ich durch mir. Den Kleiner Hund. So wollen wir jetzt ein bisschen Hundefleisch. Hey, wieso springt da meine Hunde auf ein Fenster? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal Glasscheiben reinmachen. Ja, wir brauchen dafür Sand. Okay, hol du Sand. Das ist beim Wasser hier, glaube ich, haben wir Sand. Ich geh ein bisschen jagen. Hol dir das Schaf. Mach's jetzt nicht Sand, äh, Glass. Dein braves Wurf. Brav bist du. Brav bist du. Mach's jetzt nicht so lieb sein, wach. Oh, komm, kleiner mit. Ja, mag's mich. Okay. Hast du Sand geholt? Ich hab einen Apfel. Super, das ist dasselbe wie Sand. Hol dir die Kuh. Auf, auf. So, aus Sand können wir nachher, wenn wir das im Ofen machen, kassen. Ja. Ich hab einen Trophäer an dem Leder. Oh. Auf. Ich glaube, du schweifst. Das glaube ich auch. Hol dir, Wuffi, hol dir das Schaf. Ja, und dann schau, damit du die Wolle irgendwie kriegst. Dein Hund. Hund. Ein Weizen ist fertig. Ah, ich möchte schauen. Oh. Und der Baum ist auch riesig schon. Äh, okay. Ich habe schon eine Wolle. Hast du viele Fäden, hast du Fäden? Ich hab keinen Faden bekommen. Hast du? Was? Oh nein. Dann kann ich mir einen Bogen machen. Ach so, wenn ich Faden bekomme, kannst du dir einen Bogen machen. So fängt das jetzt wieder an. Ich brauch einen Bogen. Ja. Ich brauch hier keinen Baum. Oh. Den verliegen doch wie Rolfs haben. Den Apfel kann ich gut brauchen. Ich will doch was. Hast du noch was? Verfütterst nicht alles den Hund, oder? Was? Oh, auch einen Apfel. Komm, Kleiner mit. Komm ins Haus. Komm ins Haus. Komm ins Haus. Er hört nicht so gut, hä? Keine. Keine. Bello kann ich schicken. Hast du doch Hunger? Okay. Hunger hat der! Gib ihm nicht alles essen. Jo. Das ist nicht alles sein Fleisch, gell? Nur verrottetes. Er hat so viel Hunger. Ja. Der wird bloß dick und macht nachher gar nichts mehr. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so. Ich mach, ich hol so mal das Glas. Das rei... Das hat... Das reißt? Wieso hast du so viel gekappt? Das würde ich mehr brauchen. Das reißt jetzt so. Was denn? Vielleicht kommen noch mehr Fenster hier rein. Ich mach hier noch eins. Eine? Okay. Ich fände kein Fleisch. Äh, Fleisch! Ja. Deiner Hund, du kommst jetzt mit? Wir gehen jetzt ein bisschen jagen. Ich geh ein bisschen mit meinem Hund jagen. Wo hast du das Glas? In die Kiste? Bitte abend jetzt gerade. Ich habe ein Pferd gefunden. Ein Pferd? Ja. Wir haben aber leider keinen Sattel. Warte mal, wir brauchen... Warte mal, wir brauchen... Oh nein, wir brauchen... Wir brauchen eine Angel. Ja, was wir alles brauchen, aber ich kann nicht alles machen. Du musst auch mal was machen. Ja, ja. Du gehst nur noch mit deinem Hund laufen. Ja, ich will ja Schnitt suchen und so suchen. Ich habe noch einen Hund. Ich habe zwei Hunde. Danke. Du hast mir vorhin schon den einen weggeschnappt. Jetzt hast du noch einen zweiten. Ich habe Ballon, Bello. Ballon, Bello, komm. Ich habe jetzt zwei Hunde. Okay. Das nächste ist denn für dich, gell? Ich hau dich nicht. Da bin ich aber froh. Und so ein Lieb zu dir. Achtung, das ist ein Kakteen. Ballon, Ballou. Ich sehe da hinten irgendwas gebaut. Ist dir ein Server oder was? Papi. Wo siehst du was gebaut? So, da hinten. Wieso ist hier was gebaut? Wieso ist das hier? Das war sicher du. Nein. Das habe ich nicht gebaut. Vielleicht waren Außerirdische da und haben das gebaut. Nein, Mama. Komm, Ballon, Ballou ist schön drunter mir. Was ist? Da ist ein paar kleine Hunden. Ich wollte nur mal schauen, ob hier was ist. Ich bin... Ich geh mit dir mit ein bisschen Gaffee. Mit die Hunde? Ja. Okay. Kohle. Eingestürzt. Oh nein. Oh nein. Alles stückst du ein. Was habe ich gemacht? Mach die ganze Hunde kaputt. Wieso macht denn das? Keine Ahnung. Mach ich. Aua. Oh nein. Ich bin gefangen. Ah nein. Oh. Well. Wann bist du? Hier sind keine Fackeln. Was? Aber hier kann man bestimmt noch einige Schätze finden. Wo wohnen wir? Ein Gläß. Zuhause. Wo denn? Weißt du nicht mehr? Nein. Oh. Es wird dunkel. Vielleicht ist es besser. Wir gehen nach Hause. Oh. Glaub mir jetzt... Bello hast du schon Hunger? Da soll sich ein Kaninchen fangen. Mann, ich hab... Bist du was? Bist du was? Ich hab einen Babyhund bekommen. Meine Güte. Wie sollen wir die ganzen Hunde durchschüttern? Ja, nein. Jetzt komm. Nimm deine ganzen Hunde mit. Hihihi. Ah. Hallo. Wo? Hallo. Wo? Mann, schau nach oben, nicht nach unten. Okay. Kannst du mich nicht sehen? Mann, ich seh dich von Weitem. Wo willst du denn hin? Komm jetzt in die andere Richtung. Meine Güte. Siehst du mich nicht? Hallo. Wieso rennst du an mir vorbei? Ich geh nach Hause. Du weißt doch gar nicht, wo wir wohnen. Was? Doch. Jetzt weißt du es auf einmal. Mit der meine drei Hunden. Ja. Bald hab ich vier Hunden. Komm, Aua. Danke. Hast du jetzt ein Bett? Wie viel Hunde habe ich? Zwei. Super. Das reicht genau nicht für ein Bett. So, danke. Ihr Hunde. Ich liebe meine Hunde. Kommt rein, kleine Hunde. Wie soll ich den kleinen doch jetzt noch nennen? Das weiß ich nicht. Wuffi. Ich hab Wuffi. Der Hund. Kleine. Ja, kleine Hunde. Du siehst. So, ich mach alles, was ich habe, hier in die Kiste. Hast du Hunger? Hast du Hunger oder Durst? Kannst du was essen oder trinken? Hunger. Ich mach jetzt noch einen Babyhund. Ich hab vier. Ich hab vier Hunde. Ja, wie viel wir brauchen Hunde brauchen wir eigentlich. Ja, vielleicht hätte ich auch mal einen haben können. Oh. Oh. Ich hab alles abgelegt. Ich geh schlafen. Und das? Mach dir selber am Bett. Kannst du auf deine Hunde schlafen. Ich glaube, das war's mal dem Video. Okay. Tschüss. 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 Vielen Dank.